Musik Guten Morgen! Wir melden uns jetzt gerade aus Schwerin. Wir stehen hier auf dem Wohnmobilstellplatz am Hauptbahnhof. Das ist ein Parkplatz für vier Mobile. Er bietet auch Entsorgung. Man kann hier stundenweise stehen und wir hatten echt Glück. Das war der letzte freie Platz. Und wir machen uns jetzt auf in die Innenstadt von Schwerin und schauen uns mal die Stadt an. Wir machen uns jetzt auf in Richtung Innenstadt. Die Paulskirche, 1869 geweiht, wird als die schönste Kirche Schwerins bezeichnet. Da das Innra auch trotz zweier Weltkriege nahezu unverändert erhalten geblieben ist, ist sie ein eindrucksvolles Beispiel der Schweriner Kirchenkunst des 19. Jahrhunderts. Durch die Schweriner Gässchen sind wir jetzt auf dem Weg zum Dom und zum Marktplatz. Die Kathedrale wurde 1270 begonnen. Sie ist mit fast 27 Metern Gewölbehöhe eine der größten Kirchen der Backsteingotik in Norddeutschland. Das Triumphkreuz von 1420 stammt aus einer im Krieg zerstörten Kirche Wismars. Im Chorumgang ist die Grablege der mecklenburgischen Fürsten. Das Highlight auf dem Marktplatz ist das Denkmal zum 800. Todestag von Heinrich dem Löwen, das durchaus kritisch ist, wie zum Beispiel die Badowicker Gesäßhuldigung zeigt. Wer in Schwerin isst, der sollte unbedingt auch mal hierher kommen, nämlich in die enge Gasse 2, denn hier gibt es was ganz Tolles. Das zeigen wir euch jetzt mal. Ich stehe jetzt hier vor Ilka-Eis und das ist eine kleine Eismanufaktur, die Soft-Eis herstellt. Standardmäßig immer Schokolade, Vanille und dann gibt es noch den Geschmack des Tages und das ist heute Waldfrucht und Joghurt. Das Besondere dabei ist allerdings bei Ilka-Eis, dass es A auf alten ehemaligen DDR-Eismaschinen, nämlich den Ilka-Eisfreezern, hergestellt wird. Sie wurden komplett saniert, restauriert und neu gewartet. Und hier werden ausschließlich natürliche Zutaten, also richtige Schokolade, Bonbon-Vanille und so weiter für das Eis verwendet. Das ist wahnsinnig lecker und das holen wir uns jetzt mal. Und weiter geht's zum Schweriner Schloss. Das Schloss in Chambord in Frankreich hat in der Tat Pate für dieses Schloss gestanden, das Mitte des 19. Jahrhunderts anstelle eines alten, noch aus slavischer Zeit stammenden Schlosses erbaut wurde. Das Schloss ist innen mit vielen Zimmern prachtvoll geschmückt, hat eine Porzellansammlung aus Meißen und Berlin. Es gibt einiges zu sehen, leider sind die meisten Räume wegen Corona geschlossen. Das Schweriner Schloss, früher Sitz der mecklenburgischen Herzöge und heute Sitz des Landtags, ist das prächtigste der über 2000 Schlösser und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Musik Musik Wie gefallen dir hier die Laubengänge? Schön, ganz toll Ganz toll, gell? Ja, schön groß Auf jeden Fall Jetzt biegen wir hier ab Genau Leider hat unsere Zeit nur für einen kurzen Besuch in Schwerin gereicht Denn wir wollten weiter nach Rostock Da ja vieles wegen Corona geschlossen war Sind wir über die Autobahn direkt dorthin gefahren Wir haben uns natürlich für den Stellplatz direkt am Hafen entschieden Links abbiegen in die Straße statt Hafen So, wo würdest du gerne hin? Da hinten, wo der Pauw-Bus ist, oder? Wenn möglich, bitte wenden, dann in die nächste Straße Das war's mit dem Blond in der Erstehung Das war's mit dem Blond in der Zeit Und hier ist die Straße Wenn möglich, dann in der Zeit Wir sind jetzt hier am Stadthafen von Rügen, da haben wir uns hingestellt. Das ist ein Stellplatz für, keine Ahnung, eine ganze Reihe mobile. Kostet 15 Euro die Nacht, bietet keinen Service, ne? Ne. Bietet keinerlei Service, ist aber ganz, ganz nah an der Stadt. Ja, wir machen jetzt noch einen kleinen Ausflug in die Stadt rein. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um, bevor wir morgen dann unser eigentliches Sightseeing machen. Die Krüppeliner Straße ist die Haupteinkaufsstraße Rostocks und war 1968 eine der ersten Fußgängerzonen in der DDR. Die prächtigen Häuser in der Krüppeliner Straße wurden nach dem Krieg aufwendig und oftmals originalgetreu wieder aufgebaut und restauriert. Na, nichts gefunden. Ne, muss ja auch nicht sein. Die Geschichte des Rathauses reicht weit zurück bis ins 13. Jahrhundert und es ist damit der älteste erhaltene Profanbau der Stadt Rostock. Musik 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 Trotzdem, wir haben gut geschlafen. Wir machen uns jetzt wieder auf in die Altstadt. Denn wir haben gestern noch nicht alles gesehen. Ja, und danach, wenn wir da fertig sind, geht es weiter und danach rügen. Das Kuh-Tor ist das älteste der vier restlichen Stadttore Rostocks. 1262 erstmals urkundlich erwähnt, wurde hier das Vieh hindurchgetrieben. Das Steintor, 1574 erbaut, war eins der damals vier Haupttore Rostocks. Im Jahr 1270 angeblich durch Königin Margarete von Dänemark gegründet und benannt nach der Gründungsreliquie einem Splitter von Kreuz Christi, das sie von einer Pilgerfahrt nach Rom mitgebracht haben soll. Mittlerweile ist das Klostermuseum und die Kirche Universitätskirche. Die Marienkirche wurde 1290 begonnen und nach knapp 200 Jahren fertiggestellt. Musik Besonders sehenswert ist die Ausstattung mit dem Hauptaltar, der Predigtkanzel, der Orgel und natürlich ganz besonders die astronomische Uhr. Die heutige Uhr ersetzte 1472 die erste Uhr von 1379. Die fünf Uhrwerke dieses Meisterwerks werden täglich von Hand aufgezogen und die Kalenderscheibe muss alle 133 Jahre ausgetauscht werden. Zuletzt war das 2018. Wenn euch Details interessieren, findet ihr zu der Uhr einen Link in der Info-Rox. Die letzte Etappe auf unserer Ostsee-Tour führte uns von Rostock aus über die B105 direkt auf die Insel Rügen. Allerdings war auch hier alles hoffnungslos überlaufen. Am Ende konnten wir die erste Nacht auf dem Stellplatz eines Autohändlers in Bergen unterkommen, bevor es am nächsten Tag zum Nationalpark Jasmund auf den Stellplatz am Parkplatz Hagen ging. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wanderung vom Stellplatz zu den Kreidefelsen führte uns durch einen der größten zusammenhängenden Buchenwälder Deutschlands, der auch gleichzeitig UNESCO-Weltkulturerbe ist. Wir haben auf den Besuch des Naturschutzzentrums verzichtet und uns den Königstuhl von der Viktoria-Ansicht aus angeschaut. Bei der Wanderung entlang der Küste Richtung Sassnitz stellten wir fest, dass alle Treppen, die nach unten zum Ufer führen, bis auf die in Sassnitz gesperrt waren. Wir haben der Heil auf halbem Wege abgebrochen und sind durch den Buchenwald zurück zum Womo. Musik 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 Am nächsten Tag sind wir nochmal über die Entsorgung, bevor wir uns leider wieder auf den Rückweg machen mussten. Aber nicht ohne uns noch etwas ganz Besonderes anzuschauen. Musik 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 Wir sind jetzt damit am Ende unserer Ostsituan gelangt. Wir haben uns von Rügen verabschiedet und sind in zwei Tagesetappen wieder zurück nach Hause gefahren. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal und damit ihr nichts verpasst, einfach unten abonnieren, auf das Logo klicken. Alle Infos wie die Stellplatzkoordinaten und weiterführende Links und ähnliches, das findet ihr unten in der Infobox. Wenn ihr unterwegs seid, fahrt vorsichtig, kommt gut an. Wir wünschen euch viel Spaß auf euren Reisen und bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss, macht's gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017